Damit geht es eben jetzt mit ... Entschuldige, bitte weiter. Da ist ein Antrag, den die CDU eingebracht hat. Deswegen zunächst bitte die Begründung und die Einbringung, auch vielleicht gleich den eigenen Änderungsantrag dazu. Und dann habe ich noch einen Ergänzungsantrag SPD vorliegen, der eingebracht werden kann. Bitteschön, Herr Schmidt. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, ich versuche es tatsächlich kurz zu machen. Aber, Johannes, du hast es gestern so schön angesprochen, im Haushalt ist Geld für mein Toilettenkonzept drin. Nein, es ist nicht mein Toilettenkonzept, sondern die Toiletten sind für alle Dresdnerinnen und Dresdner, für alle Besucher dieser Stadt. Und für die kämpfen wir mit diesem Antrag. Ich erkläre auch gleich, warum. Dresden, wir haben ein Kloproblem. Der Klopblem stand damals in der Zeitung. So titelten die DNN am 8.12.2020. Damals kündigte die Stadt auf Nachfrage an, für die jetzt ablaufenden Verträge eine Ausschreibung vorzubereiten. Zwei Jahre sind vergangen. Eine Ausschreibung ist bislang nicht erfolgt. Die Verträge laufen dennoch in wenigen Tagen ab. Wie viele öffentliche und öffentlich zugängliche Toiletten Dresden hat, wurde im Dezember 2020 mit 69, im Juli 2021, damals in einem SZ-Artikel, mit 95 angegeben. Es braucht hier also noch mal eine genauere Bestandsanalyse. Diese sollte allerdings mit Blick auf die vorliegenden Daten relativ kurzfristig machbar sein. Denn wenn wir den Aussagen in den Ausschussberatungen glauben dürfen, dann arbeitet die Verwaltung ja bereits intensiv an einem Konzept. Wir haben unseren Antrag im Februar eingereicht. Seitdem hätte die Verwaltung liefern können. Sie hat nicht geliefert. Deshalb müssen wir als Rat die Verwaltung mal wieder zum Jagen tragen. Ja, es ist so, Frau Filius-Jene. Lass mich das doch einfach mal feststellen. Wir fordern jetzt eine konkrete Bestandsanalyse. Diese muss kurzfristig vorgelegt werden. Auf Basis dieser Bestandsanalyse soll dann das tatsächliche und eigentliche Toilettenkonzept erstellt werden. Dabei sollen nicht nur die bisherigen Standorte betrachtet werden, sondern wir müssen den Fokus auch auf neue Orte legen. Es geht mir dabei um neue Aufenthaltsorte, die in den vergangenen Jahren geschaffen wurden. Beispielhaft nenne ich hier aus meinem Wahlkreis den Vasa-Platz, für den es gefühlt seit Jahrzehnten eine Toilettendiskussion aber bislang keine Lösung gibt. Wichtig ist uns, dass bei der Bedarfsermittlung und der Konzepterstellung verschiedene Akteure einbezogen werden. Insbesondere die Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte seien hier genannt. Und damit, Herr Oberbürgermeister, meinen wir tatsächlich die gewählten Gremien vor Ort. Denn Ihre Verwaltung verwechselt da gern einmal die Begrifflichkeiten. Ich gebe Ihnen noch mal kurze Erläuterung mit auf den Weg. Das Stadtbezirksamt ist nicht der Stadtbezirksbeirat und die Verwaltungsstelle ist nicht der Ortschaftsrat. Das ist, glaube ich, manchmal notwendig, das zu betonen. Wir haben das beim Fußverkehrskonzept zum Beispiel sehr deutlich gemerkt. Da wurde uns ja immer wieder erzählt, es wurde mit den Stadtbezirken gesprochen. Und wenn man nachgefragt hätte, waren es am Ende die Amtsleiter und nicht die Beiräte. Da künftig Toilettenstandorte nicht mehr über die Stadtwerbung finanziert werden können oder gegenfinanziert werden können, braucht es bei den neuen Standorten natürlich eine Finanzierung. Das Konzept ist also entsprechend finanziell zu untersetzen. Im Entwurf des Doppelhaushaltes hat die Verwaltung 600.000 Euro eingestellt. Wir haben gestern im Haushalt noch mal für das erste Jahr eine Million nachgelegt und für 2024 500.000 Euro. Das heißt also, wir haben mehr als 2 Millionen Euro jetzt für die nächsten zwei Jahre zur Verfügung, um entsprechende Standorte zu finanzieren. Möglicherweise braucht es aber auch weitere Finanzierungsquellen und Fördermöglichkeiten sind zu eruieren. Ihnen liegt heute in Ersetzung ein eigener Änderungsantrag von uns vor, den ich im federführenden Ausschuss damals schon angekündigt hatte. Noch kurz ein paar Erläuterungen. Die Behindertenbeauftragte unserer Stadt, die Frau Schaaf, hatte im Sozialausschuss angeregt, das Modell Toilette für alle mit aufzunehmen. Diese Anregung der zuständigen Interessenvertreterin habe ich gerne aufgenommen und das als Beschlusspunkt 3 eingefügt. Für alle, die ein Problem mit diesen Begrifflichkeiten vielleicht haben, habe ich auch extra im Antrag den Link eingefügt. Darunter kann man ganz gut finden, was die Toilette für alle tatsächlich ist. Also es gibt da, glaube ich, auch manchmal falsche Vorstellungen. Der müsste funktionieren. Ich habe ihn kontrolliert, bei mir hat er funktioniert. Auf dem Zettel funktioniert es natürlich nie, aber auf dem Tablet wird es funktionieren, Kollege. Also kann man sich informieren, was es ist. Das ist nicht die nette Toilette. Nein. Guck in den Antrag und guck dir es an, Johannes. Lass mich jetzt reden. Wie allseits bekannt, haben wir im vergangenen Jahr intensiv über die Neuausschreibung der Stadtwerberechte debattiert. Die Verträge laufen zum 31.12. aus, also in wenigen Tagen. Das betrifft dann nicht nur die Standorte, die sich in den Litfaßsäulen der Firma Wall befinden, sondern auch die separaten Behindertentoiletten. Die bisher nicht erfolgte Neuausschreibung der Toilettenstandorte führt dazu, dass nach aktuellem Stand diese Toiletten ab dem 1. Januar 2023 nicht mehr betrieben werden dürfen, somit nicht mehr zugänglich sind. Die Verwaltung muss hier dringend eine Interimslösung finden. Also beauftragen wir im Beschlusspunkt 7, dass die Verwaltung noch eine Ersatzlösung oder bis dahin noch irgendwelche Verträge ändern muss. Wenn es keine Interimslösung gibt, dann sind Sie, Herr Oberbürgermeister, durch das Nichthandeln Ihrer Verwaltung schuld, wenn Menschen ihre dringenden Bedürfnisse nicht erledigen können. Insbesondere für Behinderte sind die Standorte in der Innenstadt extrem wichtig für die Teilhabe am öffentlichen Leben, weil beispielsweise die gastronomischen Einrichtungen der Weißengasse aufgrund der baulichen Gegebenheiten keine eigenen barrierefreien Toiletten besitzen. In den Ausschüssen fand unser Antrag breite Zustimmung. Ich hoffe und gehe davon aus, dass das heute auch so sein wird. Vielen Dank. Der OB ist immer schuld. Das steht schon in der Satzung. So, Ergänzungsantrag von SPD. Herr Engel, bitte. Nein, also sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Johannes, es geht ausnahmsweise nicht dezidiert zumindest um Pieschen. Das Ergebnis kann man sich ja dann später nochmal angucken. Wir haben zu diesem sehr, aus unserer Sicht sehr guten und sehr positiven Antrag der CDU-Fraktion noch eine minimale Ergänzung vorgeschlagen, die vor allem darauf Bezug nimmt, auch nochmal ein bisschen den Blick zu weiten. Weil wenn wir über die Toiletteninfrastrukturen unserer Stadt auch sprechen, haben wir vor allem immer zwei Dinge derzeit im Blick. Das sind zum einen die touristischen Bereiche, also vor allem in der Innenstadt oder zum Beispiel auch in der Neustadt, wo wir sagen, okay, da müssen wir eine entsprechende Ausstattung auch herstellen oder zumindest auch erhaltene. Das ist richtig. Und wir haben die Stadtteilzentren natürlich im Blick. Das hat Mario Schmidt gerade auch schon erwähnt, Vasaplatz und da fallen sicherlich jedem und jeder hier im eigenen Wahlkreis auch entsprechende Standorte ein. Was wir gerne hier noch ergänzen wollten, ist, dass wir auch die, zumindest das Umfeld der Naherholungsgebiete in Dresden ein bisschen in den Blick bekommen. Weil wir wissen, zum Beispiel nicht direkt auf den Elbwiesen, aber im Umfeld der Elbwiesen wäre das stellenweise auch mal wünschenswert, solche Standorte auch zu realisieren. Und wir wollen uns zumindest die Verwaltung beauftragen, auch solche Standorte in den Blick zu nehmen, weil wir wissen, da gibt es auch im Umfeld der Elbwiesen oft, ich sage mal, so unangenehme Hinterlassenschaften und das sollten wir aus unserer Sicht vermeiden. Natürlich unter Beachtung aller Aspekte wie Landschaftsschutz. Deswegen wird es im Bereich zum Beispiel der Elbwiesen nicht unmittelbar gehen, aber zumindest das Umfeld sollte man da schon auch im Blick behalten. Und das würde einfach den Auftrag hier noch ein bisschen auch konkretisieren. Insgesamt muss ich sagen, ich glaube, wir haben da in Dresden einigen Nachholebedarf. Andere deutsche Großstädte sind da deutlich weiter. Wenn ich zum Beispiel Richtung München schaue, da ist die Ausstattung mit öffentlichen Toiletten schon noch mal eine andere. Und es würde mich freuen, wenn die Verwaltung auch mit den Ressourcen, die sie jetzt da auch zusätzlich hat, da diesen CDU-Antrag auch entsprechend unterstützt und da wirklich auch zur Umsetzung schnellstmöglich kommt. Vielen Dank. So wird das Wort aus dem Rat gewünscht. Dann fange ich mal an mit denen, die es angemeldet hatten, Herr Gilke und danach Herr Liebmann und Herr Lichty. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner, wir werden diesen Antrag zustimmen und das sage ich gleich mal voran, weil wir nicht ideologisch arbeiten, sondern wir arbeiten an der Sache. Zur Sache selber, es ist auf jeden Fall wichtig, dass bei den Überlegungen, bei diesen Konzepten, darüber nachgedacht wird, diese Angebote kostenlos anzubieten, zumindest in den Stadtteilzentren. Das beste Beispiel dafür ist Dresden-Prohl, ist der Jakob-Winterplatz. Ein Problemfall, dort wird fleißig gegen die Hecken uriniert. Da wurde schon daran gearbeitet, die Hecken zu verkleinern, aber es gibt einfach auch Menschen, denen ist nichts peinlich und dahin wird weiterhin gegen Hecken uriniert. Und dort ist dann so ein Standort, wo man hofft, dass es funktioniert. Das ist nicht lustig. Liebe Dresdner, Sie kriegen das nicht mit im Livestream. Die Linke lacht gerade darüber. Das ist nicht so schön, wie man von Menschen einfach mal verhöhnt. Das ist nicht in Ordnung, so was. Ein bisschen mehr Anstand im Rat wird von Ihnen ja wohl möglich sein. Zurück zu Prolis. Dort ist diese Problematik, dass die Leute mit Sicherheit kein Geld ausgeben werden, wenn dort eine Toilette stehen würde. Das heißt also, es müsste ein kostenloser Zugang sein. Dies sollte auf jeden Fall mit beachtet werden. Vielen Dank. So, jetzt ist Herr Lippmann der Nächste und dann Herr Lichty. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Fraktion unterstützt diesen Antrag selbstverständlich, um das von wegzunehmen. Wir hätten diesen Antrag auch mit dem vorgehenden Tagesordnungspunkt gemeinsam behandeln können. In der Tourismusstrategie wird der Notstand schon beklagt. Wer bis Seite 69 gelesen hat, höchster Handlungsbedarf beim Thema öffentliche Toiletten ist da zu lesen. Insofern, ja, wir unterstützen das. Wir sind sogar der Meinung, Geld ist vorhanden. Darauf hat Herr Schmidt jetzt eben noch mal hingewiesen. Wir haben es gestern beschlossen. Wenn hier die Verwaltung neben der Konzeptentwicklung, die sicherlich ganz wichtig ist, einfach anfängt zu bauen, dann wäre das sehr wünschenswert. Hier kann die Verwaltung mal in die Vorlage gehen und klammheimlich anfangen. Die ersten zehn Standorte von Toiletten ist völlig egal, wo die hingebaut werden. Sie sind auf jeden Fall richtig. So groß ist der Notstand in dieser Stadt und München wurde als Beispiel genannt. Und wenn ich die Sommerurlauberevue passieren lasse, St. Gallen hat man hervorragende Toilettenlösungen gefunden, preiswert einfach, Edelstahl, Unisex, kostenfrei, selbstreinigend. Also das wäre vielleicht so ein Vorschlag. Dann können wir von den zwei Millionen ein paar mehr entstehen lassen und das wäre ganz der Sache dienlich. Kostenfrei möchte ich extra noch mal betonen. Wir haben jetzt im Moment keinen Zeitplan vorliegen, bis wann die konzeptionellen Arbeiten fertig sein sollen. Aber noch mal die dringende Bitte, einfach anfangen und das Konzept darüber legen und gucken, was da noch fehlt für die Jahre 25, 26. Vielen Dank. Jetzt Herr Licht hier und dann Herr Löser. Lieber Mario Schmidt, ich habe mich natürlich lustig gemacht, aber es ist natürlich ein wichtiges Thema und es ist auch ein wichtiges tourismuspolitisches Thema, ganz klar. Bitte? Ich sage dir nicht, an welche Hecke ich gehe. Christian, ich weiß, wo du wohnst. Nein, es wird zu weit weg. Also, ich wollte eigentlich was anderes sagen. Es gibt ja, also wir in der Neustadt, ich habe es Mario schon mal mehrfach scherzhaft gesagt, haben wir das Thema schon länger irgendwie auf dem Tisch und ich finde, da hat auch Herr Barth gute Lösungen gebracht. Deswegen habe ich gerade dazwischengerufen, nette Toilette. Ich möchte jetzt auch auf einen Punkt jetzt mal hin im gesamten Rat nochmal die Aufmerksamkeit wenden, nämlich diese, wie nenne ich das jetzt korrekt? Also diese, also eine Pistrinne ist es im Grunde nur, auf dem Sternburger Platz, also bunte Ecke offiziell und das ist sehr interessant, weil das aus meiner Sicht eine höchst wirksame, effektive Anlage ist, weil daneben ist auch das entsprechende Klientel, was dort sitzt und sich dann öfters auch mit Sternburg versorgt und dann ist das, sage ich mal, relativ nahe. Ich finde, das ist ein wichtiges Thema, deshalb, weil der Herr Barth nämlich vor Jahren berichtet hat, wie schwierig das war, überhaupt so eine relativ einfache, kostengünstige, stabile, bis heute nicht zerstörte, immer noch stehende Lösung hinzubekommen, weil das offiziell irgendwie in kein Konzept reinpasst, in keine Zulässigkeit reinpasst, in keine DIN-Norm reinpasst, weil es auch nicht gendergerecht ist, weil nur Männer irgendwie dorthin gehen dürfen und so weiter und so weiter. Ich wollte einfach jetzt nur noch mal eine Lanze brechen und dafür werben, dass wir in diesem Toilettenkonzept auch solche einfachen Lösungen, die stabil sind, auch nicht vergessen. Herr Kühn, vielleicht können Sie das einfach in Ihrem Hinterkopf behalten, und ich glaube, Sie kennen die Anlage auch. Okay, vielen Dank. Als nächster Redner Herr Löse. Ja, vielen Dank. War das jetzt ein Antrag, Johannes? Weil wenn er das nur in seinem Hinterkopf behält. Ich weiß nicht. Also, es war ein Appell und es ist vielleicht eine Festlegung, wie wir sagen würden, im Bauausschuss. Ich wollte mich bei der CDU noch mal bedanken für den Antrag. Das ist gut. Ich habe noch mal die Frage in Punkt 7, schreiben Sie, dass bei dem, also im Ergänzungsantrag Punkt 7 schreiben Sie, dass für alle wegfallenden Standorte unverzügig Interims- und Ersatzlösungen zu schaffen sind. Weiß denn die Verwaltung, wie viele da wegfallen und ist das realistisch? Das wäre die erste Frage und an die Einreicher. Zweite Frage bei Punkt 1 schreiben Sie, dass diese Bestands- und Bedarfsanalyse bis zum Einreichsten 12. 22. vorzuliegen hat. Da frage ich mich, wer sich jetzt von Ihnen in die Spur macht, wenn wir das beschließen. Vielleicht ändert die CDU das noch mal, ist noch formal. Ansonsten stimmen wir dem CDU-Ergänzungsantrag und auch dem SPD-Ergänzungsantrag natürlich zu. Dann der Toilettenbürgermeister. Ja, ich freue mich, dass ich auch zu diesem Thema noch vortragen kann. Ich will zunächst mal darauf hinweisen, dass es eine Umfrage gab, ein sogenanntes WC-Ranking. Der Pipi-Freundlichsten Touristenstelle 2022 vom Reiseportal kurz mal weg. Dort teilen wir uns mit München den ersten Platz. Diesen Platz wollen wir natürlich verteidigen. Es ist so, das haben Sie auch mit beschlossen, dass wir mit den neuen Stadtwerbeverträgen ja nicht mehr die Toilettenanlagen integriert haben, sondern die werden jetzt zurückgebaut und es werden neue Anlagen errichtet, die wir nicht selber bauen wollen, sondern wo wir über eine öffentliche Ausschreibung eine Vergabe erzeugen wollen und dann entsprechend auch nicht nur Bau, sondern auch Betreibung. Es sind aber mit dem bisherigen Möbeljahr und dem Eigentümer, das ist ja die Firma Wahl im Gespräch, dass diese Anlagen dann eventuell auch weiter nutzbar sind. Wir hatten im Bauausschuss schon deutlich gemacht, dass wir an einem gesamtstädtischen Toilettenkonzept arbeiten. Das ist auch in der Endredaktion, das soll auch im ersten Quartal 23 fertig werden. Sie haben auch aus der Vorlage, die noch im Bauausschuss behandelt wurde, wo wir beim Bahnhof Mitte uns an der Finanzierung des Vorhabens der Deutschen Bahn beteiligen, um dort eine Toilettenanlage noch zu realisieren, die es heute nicht gibt, wissen Sie, dass das Thema uns wichtig ist und ich kann bestätigen, dass mir die Anlage Herr Lichti an der bunten Ecke bekannt ist und auch ich denke, dass das eine pragmatische Lösung an bestimmten Orten sein kann. So, damit sind zunächst alle Wortmeldungen abgearbeitet und wir können einsteigen in die Beschlussfassung. Ich darf zunächst den Änderungsantrag der CDU abstimmen. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Vielen Dank. 59 Jahre, keine Nein, keine Enthaltung. Wer damit so erst mal angenommen. Jetzt kommen wir noch zu dem Ergänzungsantrag der SPD. Wer dem folgen möchte, bitte ich jetzt das Stimmzeichen. 57 Jahre, keine Nein, keine Enthaltung. Dann ist das auch angenommen. Jetzt kommen wir zur Schlussabstimmung über den so geänderten federführenden Ausschussbericht in beiden Punkten. Den darf ich jetzt um Stimmzeichen bitten. 58 Jahre, keine Nein, keine Enthaltung. Dann zu beschlossen.